Mein Name ist Erik Tommi, ich komme vom VfB Stuttgart, freue mich riesig auf die neue Saison hier bei der Fortuna. Ich hatte jetzt anstrengende Tage hinter mir mit dem Medizin-Check und der ganzen Anreise. Dass wir die Klasse schnellstmöglich halten, das wird schwer genug sein. Aus erfahrungstähnischen Gründen weiß ich, dass das zweite Jahr immer schwieriger ist und da müssen wir einfach vorsichtig an die Sache herangehen, gut trainieren und schauen, dass wir einfach die Punkte schnellstmöglich holen. Dart mag ich sehr, sehr gerne. Die Frage ist natürlich nur, ob ich das auch gut kann. Ich spiele zwar gerne, aber die Übung, die fehlt mir noch ein bisschen. Wir wollen zunächst mal die Klasse halten. Ich glaube, das ist das primäre Ziel. Was oben drauf kommt, ist für alle hier Bonus. Und ich denke, das sehe ich nicht nur ich, sondern auch meine Mannschaftskollegen. Ich persönlich versuche einfach, meinen Teil dazu beizutragen, ein Teil der Mannschaft zu sein. Mich reinzuwerfen, immer 100 Prozent zu geben, das ist ganz wichtig. Und wir gucken, dass wir dann, wie gesagt, schnellstmöglich die Punkte sammeln.